kopflaute hallo und herzlich willkommen zur zweiten ausgabe der kopflaute heute gibt es einen klassiker das was so in den allerersten 3d sound videos immer so als beispiel genommen wurde wahrscheinlich wird es jetzt ein bisschen qualmig hier aber das macht nichts streichhölzer kopflaute Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.